Gregory Wüthrich 1,92 groß, passt immer gut drauf. Auf den ersten Blick wäre der Schweizer auch für amerikanische Ballsportarten bestens geeignet. Deswegen die Frage, Fußball oder Football? Fußball. Der Fußball hat Gregory Wüthrich in seiner Heimatstadt Bern zu den Young Boys geführt. Nach 74 Profispielen verteidigt er auch ein Jahr in Australien. Im Sommer 2020 ruft Sturm Graz. Ich wollte wieder Fuß fassen in Europa und dann kam dieses Angebot von Sturm Graz. Ich war dann relativ schnell überzeugt, dass es hier der richtige Ort ist für mich, den nächsten Schritt zu machen. Oder die nächsten Schritte. Über 80 Pflichtspiele hat Wüthrich schon für Sturm absolviert und schnell hat er die Rolle als Abwehrchef eingenommen. Ich glaube, es ist eher so mein Naturell. Ich habe mich jetzt nicht da irgendwie gezwungen, aber ich muss jetzt ein Führungsspieler sein. Ich glaube, das ist etwas, was man reinwächst, auch mit den Leistungen, die man zeigt. Im Strafraum vernascht er oft seine Gegner und privat? Schokolade oder Schnitten? Schokolade. In der Steiermark fühlt sich Gregory Wüthrich generell sehr wohl. Also Käse oder Kernöl? Kernöl. Mit ein Grund, warum er seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert hat. Das war eigentlich eine ziemlich einfache Entscheidung für mich. Ich hatte meine erste Saison hier, war sehr erfolgreich, haben uns dann für die Europa League. Und ich wollte einfach den Weg, den wir hier gemeinsam eingeschlagen haben, mit Sturm so weitergehen. Denn mit Sturm verfolgt Gregory Wüthrich auch ganz große Ziele. Das wäre natürlich ein Traum, wenn man mit Sturm Grazer am Ende der Saison einen Pokal in die Höhe stemmen könnte. Die nahe Zukunft wartet in der Europa League mit dem Topspiel der dritten Runde zu Hause gegen Lazio rum. Wir haben wieder was gut zu machen in der Europa League und deshalb ist es für uns ein sehr wichtiges Spiel. Ein großes Spiel gegen so einen starken Gegner. Ich bin ganz oben mit in Italien, aber wir spielen zu Hause und da sind wir die Saison sehr heimstark. Also deshalb rechnen wir uns da schon etwas aus. Aber es braucht natürlich eine Top-Leistung von uns, dass das möglich ist.